Moin moin Leute, der David hier. Also wir spielen gleich eine Runde Koop mit Ben. Ich spiele nochmal Han und Horner und wir spielen wieder Zufallsmission. Also ich muss ab morgen nochmal auf den Lehrgang und dementsprechend bin ich dann vier Tage weg. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen vorarbeiten und ich mache das natürlich erstmal auf Han und Horner. Ich komme aber wieder auf den anderen Kommandor, keine Sorge. Also, was soll ich sagen? Han und Horner ist prinzipiell ein sehr, 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 sehr geiler Commander, der ziemlich schnell ist, sehr anfällig gegen Aoe, wenn es um die Reaper und dergleichen geht und dementsprechend muss man dort ein bisschen was machen. Das heißt, nicht nur Reaper bauen, sondern halt natürlich auch sich auf Horners Einheiten verlassen. Ansonsten, ja, seid ihr nach jedem Inken eigentlich auf Null. Also ihr fangt dann wieder immer bei 5 Gallians an und das kann euch unter Umständen zerreißen. Horner, also Han und Horner sind ein Commander, der in dem Moment richtig lustig wird zu spielen, wenn das Upgrade-Paket Söldner auf Level 4 freigestellt wird, weil ab dann können eure Reaper, also eure Rächer, fliegen und erst ab dann, finde ich, ist das Potenzial von dem Commander auch tatsächlich da. Vorher finde ich es nicht. Die anderen Upgrades sind so klassisch, also alles wird irgendwie immer so ein bisschen verstärkt. Es behandeln sich zwei alleine schon wieder mit einem Calldown. Level 2 ist ein Calldown, also hier sind schon wieder die Calldowns teilweise auch verdoppelt, also doppelt vergeben, sodass halt möglichst wenig verschiedene coole Sachen da irgendwie drin sind. Bei den Einheiten, Arachnumine-Nische, Kampfhelion, okay. Ja, ich sag mal, so die coolsten Einheiten sind tatsächlich in der Luft und das sind die Asteria-Raumjäger und die Daimus-Vikings, wobei die Vikings erheblich stärker sind, Ravens braucht die so grundsätzlich. Gut, wir spielen also jetzt eine Runde Zufallsmissionen auf Brutal, starten auch einfach direkt und ich erzähle auch währenddessen so ein bisschen über Han und Horner. Ich dachte, der braucht noch ein bisschen länger. Ja, also Han und Horner ist halt hauptsächlich wirklich die Rächer-Galleons mit Ravens und Vikings und dann könnt ihr halt noch ein bisschen die Raumjäger dazusetzen, aber ihr braucht halt diese Plattform einfach echt nicht. Die sind nicht gut, die kosten... Ist immer so, da haben sie ein bisschen was falsch gemacht. Sie haben Supplies draufgeklatscht, okay. Sie haben Minereien draufgeklatscht, äh, dann haben sie auch noch Gas draufgeklappt, äh, also irgendwann reicht's auch. Okay, wir haben also Dehaka und Han, Han und Horner und Dehaka zusammen auf der neuen Map Materialschlacht, was ganz cool ist, das können wir euch hier also zeigen. Ähm, wenn nicht, haben wir uns geschworen, wenn wir diese Map kriegen, versuchen wir mal die zweite Base zu pushen. Ich weiß nicht, ob... Das war gestern. Und es war sehr spät, also keine Ahnung, ob das jetzt... Ob wir das so machen. Ähm, er hat erheblich mehr Erfahrung auf dieser Map als ich. Ähm, es ist natürlich jetzt nicht so schlecht, dass wir zwei schnelle Kommandeure haben. Mit zwei Langsam-Kommandeuren wird das Ganze wirklich, wirklich schwer. Also es ist auch nicht cool gemacht, ich weiß auch nicht, was das Ganze sollte, aber man hat sich da halt wirklich ein bisschen die, die Map, ähm, ja, man hat's einfach sehr schnell gemacht alles. Und ich find's nicht so sonderlich gut, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil dadurch ist, also auch die Map, die baut so einen unglaublichen Druck die ganze Zeit auf einen auf. Und dann diese Endgegnerkämpfe, wo es einfach nur ein riesiger Clusterfuckball ist. Also man erkennt nichts, nichts einfach, es ist einfach, alles ist rot und ich weiß es nicht. Also ich hoffe jetzt mal, dass wir nicht schon wieder gegen Tarana spielen. Wir hatten gestern das Vergnügen, nenne ich es jetzt mal, sehr, sehr viel gegen Tarana zu spielen. Und da waren halt einfach die ganze Zeit dann die, ähm, Ravens da mit ihren Seeker-Missilen. Und das ist gegen Reaper halt auch einfach wirklich wahnsinnig ätzend. Und auf dieser Map, wenn wir die zweite Basis nicht so vornippen, weil man aufs Bonus und so geht, ist das Ganze echt störend. Also wenn man dann auch immer die ganze Zeit noch Reaper verliert, das nervt einen einfach ungemein. So, ich habe hier noch keine richtige, keine Laufroute oder so. Man findet dazu auch recht wenig Videos, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte gedacht, ich informiere ihn noch so ein bisschen auf Arbeit mal oder auf dem Handy. Ne, ich bin dann wiedergekommen und irgendwie kaum richtig viele Videos zu Han und Horner und auch nicht wirklich viele Videos zu der neuen Map. So, ähm, ja, die Map ist super, super schnell. Ihr müsst diese Dinger hier zerstellen und dann müsst ihr sie auch noch einsammeln. Total nervig. Wirklich. Mega, mega nervig. Ähm, ich werde jetzt so anfangen. Ich habe die letzten Male das Gas nicht genommen, sondern erstmal einen Galleon gebaut, um hier die Steins zu stellen. Aber wir haben die Hacker hier. Also mit der Hacker sollte das hier auch eh kein so allzu großes Problem sein. Und dann baue ich einen Galleon hinterher. Ich will jetzt schon auch schneller Gas nehmen, einfach weil ich es tatsächlich brauche. Ich brauche hier ein paar konstante Einheiten. Das ist so wichtig. Mit der Geschwindigkeit von der Hacker kann ich nicht mithalten. Das ist so. Jede Minute zählt. Was wichtig ist? BBS bereit. Ich höre. BBS einsatzbereit. BBS einsatzbereit. BBS einsatzbereit. BBS einsatzbereit. Das ist so dermaßen schön. Ja. Sieh an, da kommt schon wieder etwas, um uns umzubringen. So. Ich brauche halt einfach tatsächlich Steady-Unit, so. Das nervt mich jetzt auch, aber wir haben gesagt, ich muss unbedingt so schnell wie möglich irgendwie die zweite Beiß nehmen. Das Röbius-Kor steht kurz vor dem Sieg. Los, los, Bewegung! Wo soll ich diese Station nur hintereportieren? Wir haben es halb geschafft. Der Balius wird langsam. Es ist okay. Dann fangen wir mal ein, so ein paar Upgrades zu ziehen auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Das ist schon mal sehr, sehr viel besser als wir das letzte Mal hatten. So. Ähm. Quatsch, was ist denn hier los? Du Süßhöl. Die Zeit drängt. Wir haben nur noch wenige Augenblicke, um diesen verdammten, übrigen Ding auszumachen. Der Feind jagt uns, aber ich mache ihn zum Gejagten. Das wird jetzt richtig hart. Verdammte Alien wird uns alle umbringen. Bewegung! Wie kann ich behilflich sein? Ich habe ein paar�� pigeonholungen. Was ist denn da? Ich bin nicht beheilflich. Was ist das? Sie sind wohl von der effizienten Sorte, was? Wir sind versorgt, was die Teile angeht. Kampfsysteme bereit. Die Sicherheitstests stehen noch aus. Haben Sie ein wenig Geduld? Unsere Scanner zeigen, dass der Hybrid große Fortschritte macht. Das müssen wir auch. So. Das ist für mal alles ganz okay. So. Der Balius ist auf dem Weg zum Ziel. So. So. Das war's für heute. So, jetzt muss ich selber mal überlegen, was brauche ich denn hier, was will ich haben, die hier brauche ich, ich will die und ich will auch... Sehr schön. Das Möbius-Korps steht kurz vor dem Sieg. Los, los, Bewegung! Ich fürchte, nach diesem Kampf wird der Balius wieder neue Teile benötigen. Der Balius ist zur Hälfte einsatzbereit. Weiter so. Mein Mann. Hm. Hm. Uns fehlt nur noch eine Handvoll Teile, dann kann es losgehen. Da kommt gleich was auf uns zu. Du Süßhalle, du. Bis jetzt läuft es ganz gut, wir haben die zweite Basis schnell genommen, wir haben die Bonis. Also unzufrieden bin ich bis jetzt nicht. Ach Quatsch, scheiße. So, was ist der scheiß Zug da oben? Den Zug holen wir uns natürlich noch. Der Baleos kann super, super gut. Ja, die Vikings sind echt gut. Oh, wo sind meine Vikings? Was ist das? Oh, 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 was ist das? Der Hybrid wäre erledigt, aber er hätte den Valius fast mitgerissen. Es wird einige Zeit dauern, bis er wieder einsatztauglich ist. Wie süß heute. Der Valius hat einiges einstecken müssen. Sammeln Sie noch mehr Ersatzteile für ihn. Der neue Rehabilitation ist im Köln Schatten. Bis jetzt läuft es richtig gut. Wir konnten schneller expandieren, das finde ich immer noch geil, dass wir es geschafft haben. Zwei schnelle Kommandeure ist natürlich auch so eine Sache. Aber wir haben auch mega viel auf dem Counter, also mega viel Zeit. Jetzt bin ich sehr zufrieden, wirklich sehr zufrieden. Wir machen das gerade richtig gut. So, jetzt haben wir auch alle Upgrades. Was möchte ich vielleicht noch ziehen? Eigentlich, ich ziehe nur noch die technische WAP. Held auf uns zu. Vorsicht ist geboten. Aber wir haben uns auch hier einigen works. Alleaten werden irgendwie passen. Alleaten werden durch den starten. Verbrennen sie nicht, aber ** ... sehr schön was ist da durchgekommen was natürlich ganz cool ist, wir haben schon genug Teile und sind eigentlich durch also die Runde ist sehr sehr entspannt gelaufen die Flotte der Liga kann jederzeit ablegen so wie ist man kalt lassen sie den Angriff übrigen Zelle identifiziert der Barius macht sich auf den Weg ich muss mal aufpassen, dass ich nicht die Ager enttippe ich bin ausgemacht jetzt muss der Barius nur noch zu uns kommen, dann haben wir es geschafft also das ist die neue Map wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir die zweite Basis als erstes versuchen zu clean das klappt nicht mit allen Kommandoren, da brauchen wir auch nicht unrealistisch sein das hat sehr gut funktioniert das hat sehr gut funktioniert das war richtig gut das war richtig gut das war richtig gut ja, ist alles super gut ich bin mal ein bisschen auf den Klickern gespannt ich glaube nicht, dass ich mit DHK hier in diesem Fall wieder beteiligen konnte DHK ist einfach genial das muss man so sagen DHK und Nova sind die beiden Top Tears ich spiele auch DHK für mein Leben gerne Ben spielt sehr gerne Nova das passt sich natürlich ähm jetzt hat er auf random Map auf random Kombi gestellt und DHK bekommen was natürlich ideal war bei dieser Map das hätte auch echt schlecht ausgehen können nein, das war richtig gut anders kann man das nicht sagen das war eine richtig gute Runde wir konnten schnell expandieren dadurch konnten wir ähm eigentlich echt alles machen, was wir wollten das Problem ist immer bei Han und Horner wenn ihr halt nicht schnell expandiert euch gehen die mit rein so schnell aus das ist sehr cool das ist super eng innereien technisch haben wir echt gut geerntet Ersatzteile gesammelt auch knapp beieinander ähm ja super echt gut, alter es ist einfach richtig gut ich bedanke mich fürs Zusehen bis denne und machs gut Ciao, ciao